Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich melde mich jetzt direkt auf Malchesenay, wo, wie Sie sehen, ein Unwetter niedergeht, so grauenvoll und tödlich. Die Menschen geraten in Panik. Warum geraten Sie in Panik? Sie haben Angst. Berechtigt. Ja, gucken Sie sich das Wetter an. Ja. Die Menschen haben berechtigte Panik und damit melden wir uns ab aus Malchesenay. Ja. Ja.